Heute schon geloopt? Nein? Dann komm ins Aqualand Köln. Hier kannst du Deutschlands und weltweit einzige Indoor-Looping-Rutsche mit Raketenbeschleunigung erleben. Fühl dich beim freien Fall wie die Astronauten beim Raketenstart und erlebe die 2,6G-Beschleunigung. Ein einzigartiges Spaßerlebnis, wie du es sonst nirgendwo findest. 47 Kilometer in der Stunde Tempo auf fast 53 Metern aus einer Höhe von 10,10 Metern. Look yourself im Aqualand Köln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10.